Vor Freistößen steht er manchmal so breitbeinig da wie Cristiano Ronaldo. Doch die Pose hat er ebenso wenig nötig wie den Spitznamen. Syriens Ibrahimovic Omar Al-Soma, 1,92 Meter groß, schnell und agil, schlägt fast jeden im Kopfballduell, kann beidfüßig schießen, und Freistöße wie vom Zirkel gezogen im Turek platzieren. Manchmal vollbringt der 28-jährige syrisch-Nationalspieler auch Wunder. Zuletzt am 5. September in Teheran beim Weltmeisterschaft-Qualifikationsspiel gegen den Iran. 93. Minute, die Iraner führen 2 zu 1, eine Niederlage wäre das Aus für Syriens Weltmeisterschaftschancen. Ein letzter Konter, Al-Soma bekommt den Ball kurz vor dem iranischen Strafraum, zieht nach rechts, tunelt den Torwart, Binde Strich 2 zu 2. Unentschieden. Der syrische TV-Kommentator beginnt zu schluchzen, in Damaskus brechen die Menschen in den Cafés in Jubel aus, auf den Straßen ertönen Hubkonzerte. Die vom Krieg gebeutelte Nation schafft vielleicht eine Sensation. Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft, die erste in der Geschichte des Landes überhaupt. Am Donnerstag tritt Syrien in der Play-Off-Runde um die letzten Startplätze für die Weltmeisterschaft 2018 gegen Australien an.